Hello my friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist, weiß es nicht, wahrscheinlich der, ja, heute ist der 9.12. und ich weiß nicht, ob der 10.12. für euch ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dekoriere ich jetzt die Krippe. Also meine Mutter trägt immer so eine Krippe hoch und die dekoriere ich halt jedes Jahr oder baue sie sozusagen auf. Das mache ich schon seit ich klein bin. Also sehr lange schon. Ähm, naja, so lange ich hab, naja, ein bisschen. Genau, ähm, ich hab erstmal alles rausgeholt. So die ganzen Kühe, jetzt sicher haben sie zwei Kühe, hallo, besser als eine, wärmer und so. Wenn ihr was hört, das ist mein Hund, der bellt grad irgendwie. Ähm, ich hab halt alles rausgeholt, die Krippe auch und alles mögliche und die ganzen, das ganze Heu da hab ich auch halt rausgeholt. Ähm, hab die Krippe erstmal aufgestellt. Dann hab ich erstmal die drei Könige aufgestellt. Der stand da schon ganz gut. Dann hab ich noch den anderen Gerüte dahin auch aufgestellt. Ähm, dann hab ich einmal näher reingesummt. Okay. Und hab die, äh, Kühe und den Esel reingestellt. Der Esel hat leider nur noch ein Ohr. Dann Maria und Josef hab ich an die Krippe gestellt. Ich kann ja nicht, dass der nicht auf mein Handy so mit einem Pinsel tippe. Hört mal zu. Hört ihr das? Ich glaub schon. Ähm, genau, dann hab ich einmal die ganzen Schafe hingestellt und noch den Ochsen. Aber das waren, glaub ich, keine Kühe oder den Ochsen. Und die ganzen Schafe. Dann hab ich noch, ähm, die ganzen Hirten dahin gestellt. Hab ich leider nicht so gut mitgefilmt, Entschuldigung. Dann hab ich da oben noch den Engel dran, äh, weiß ich nicht, dran gehangen. Dann hab ich noch den Hirten dran gedingst und das Jesuskind. Ich mein, alle guten Dinger kommen als letztes oder so. Ne, wieder. Egal. Tschüss, Leute. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.